Guten Abend, liebe Zuschauerinnen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Bei dieser Kälte von draussen kann man etwas Wulliges, besonders gut vertragen. Selber glisset man natürlich. Und bei GOB gibt es jetzt eine grosse Auswahl sorgfältig verarbeiteter Qualitätswullen zu unglaublich günstigen Preisen. Der Arcana Pullover Wulle von GOB ist von einer besonders ausgiebigen und pflegeleichten Qualität, nämlich eine Mischung zwischen Acryl und Polyamid. Sie können sie darum im Schongang in der Maschine waschen. Und mit dieser Arcana Sockenwulle in einer angenehmen und doch sehr strapazierfähigen Qualität, nämlich 70% Wulle und 30% Polyamid, kann man sich bequem auf die selber glissmete Socke machen. Und damit es später dann auch beim Flicken oder Stopfen keine Probleme gibt, wird das passende Garn gerade dazu geliefert, wie Sie es hier sehen. Die günstige Pullover und Sockenwulle gibt es jetzt in allen Coop-Center und Coop-Warenhäusern, überall dort, wo diese Plakate hängen. Und ich habe Ihnen gerade noch ein gesundes Winterangebot, nämlich frische Brüsseler mit viel Vitamin direkt aus den Anbaugebieten in Belgien und Frankreich. Ich zeige Ihnen den Brüsseler oder die Chicoré, wie man auch sagt, jetzt einmal ein bisschen anders. Probieren Sie ihn doch einmal, gekocht und zwar mit Schinken oder auch mit Speck umwickelt. Lustig sieht es aus. Und da habe ich Ihnen gerade noch einen Tipp, wenn Sie sicher sind, ganz sicher sind, dass der Brüsseler oder der Chicoré eben beim Kochen keinen bitteren Beigeschmack rüberkommt, dann tun Sie doch hier, so wie üblich, abschneiden und zusätzlich an dieser Schnittstelle noch etwa 2 cm rausschneiden. Also, denken Sie daran, frische Brüsseler bei Coop zum Hitaktionspreis, aber nur morgen, übermorgen und am Samstag. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt gehen wir weiter ins Coop-Center. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Koop folgende Hit-Angebote. 400 Gramm Breckis mit Rind oder Huhn für nur 1.50. 400 Gramm Viskas mit Leberen oder mit Küngel für nur 1.20. Zwei Dosen an 400 Gramm Fido-Boulette für nur 1.95 und 400 Gramm Matzinger Hundefutter für nur 1.20. 250 Gramm Kaloriennahme Brotduch-Bonjour-Fit für nur 90 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es beim Coop ein Liter Coop Mineralwasser statt 40 Rappen nur 30 Rappen und 500 Gramm Brüsseler Salat für nur 1.75. Und jetzt, wo man wieder gerne strickt, gibt es beim Coop eine grosse Knoelle-Bouloverwolle für nur 3.50 und eine strange Sockenwolle für nur 2.20. Profitieren Sie morgen in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.